Spross, der Entsorgungseimer, für eine hygienische und sichere Entsorgung. Öffnen Sie den Deckel mit nur einem ganz leichten Knopfdruck. Werfen Sie den zu entsorgenden Gegenstand einfach oben hinein. Drücken Sie jetzt den Knopf ganz durch, um alles im Eimer verschwinden zu lassen. Anschließend ganz einfach mit dem an der Seite angebrachten Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren. Die Entsorgung des vollen Folienschlauches. Zum Aufklappen des Eimers vorne den Knopf leicht nach innen drücken. Die Folie nun ein Stück herausziehen, um sie anschließend am Sicherheitsmesser abzutrennen. Nun den Folienschlauch herausnehmen und auch oben verknoten, sodass auch hier eine hygienisch und sichere Entsorgung gegeben ist. Das Wechseln der Nachfüllkassette. Zuerst muss die Deckelfolie an der Markierung eingedrückt und entfernt werden. Anschließend sollten etwa 30 bis 40 Zentimeter von dem Folienschlauch herausgezogen werden. Die Folie von oben nach unten durch die Kassette ziehen und am Ende verknoten. Den obersten Deckel des Eimers öffnen, die neue Kassette einlegen, sowie leicht andrücken und den Deckel wieder aufsetzen. Spross – die einfach hygienische Entsorgung